Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Das Gemälde heißt Porträt von Jeanne Käfer und ist ein Porträt von Fernand Knopf, das 1885 gemalt wurde. Derzeit im J. Paul Getty Museum, Los Angeles, untergebracht und ausgestellt. Eine fünfjährige Jeanne Käfer war eine Tochter des Freundes des Künstlers, des Pianisten Gustav Käfer. Jeanne Käfer steht auf einer Veranda vor einer geschlossenen Tür und greift mit dem Daumen in die Kante ihrer Schleife, während sie in ihren Mantel greift. Das Porträt symbolisiert die Verletzlichkeit und Unsicherheit des Kindes im Umgang mit der Außenwelt. Die Botschaft wird durch die Komposition selbst betont, da der Körper von Jeanne von der Tür in Erwachsenengröße umrahmt wird.